Ja, Leute, willkommen hier zum nächsten Video. Wir wollten nochmal vom letzten Video aus, ich müsste das wirklich auch so in die Playlist reinpacken, dass es auch passt, über MW reden. Ich glaube, man hört im Hintergrund meine kleinen Haustierchen, meine Wellensittige. Auf jeden Fall hört man einen davon, glaube ich, gerade ganz schön rumschreien. Ja, auf jeden Fall, MW 2019 ist ein wirklich geiles Spiel, wirklich solide, ist aber für mich persönlich einfach zu schnell. Ich wünsche, dass wir ein bisschen langsamer das Gameplay, einfach so ein bisschen mehr so MW2-mäßig, BO4 von mir aus auch. Viele sagen, BO4 hatte so ein richtig schnelles Gameplay, dadurch, dass es ja mit Wallrun, also BO3, BO4 oder so, diese Games hatten so schnelles Gameplay wegen Wallrunning, Doppelsprünge oder was auch immer. In meinen Ansichten nicht, das Gameplay war immer noch sehr langsam, nur die Möglichkeiten, sich zu bewegen, wurden erweitert. Und gefühlt aber jetzt hier in MW, ich will mal MW2 sagen, MW 2019, also das neue Modern Warfare, das neue MW, ist das Gameplay wirklich sehr schnell, wurde nicht erweitert, sondern ist einfach nur wirklich schnell. Die Time to Kill ist so dermaßen kurz, dass man den Gegner nur anhusten muss, man muss noch nicht mal wissen, von wo er kommt. Also man hat keine Zeit zu reagieren, wenn ich jetzt hier angeschossen werde, habe ich rein theoretisch noch eine Zeit zu reagieren, aber normalerweise nicht. Hat man das bei MW nicht. Ich muss sagen, das Crossplay finde ich persönlich akzeptabel, aber ich habe schon Runden gehabt, da hat es gar keinen Spaß gemacht, weil da haben Konsolenspieler mit PC-Spielern zusammengespielt, aka PC ich, Konsole sie. Und die konnte man so einfach teilweise outplayen, ich habe keine Ahnung. Manchmal hast du Leute auf der Konsole, da denkst du dir, die hacken, weil direkt auf dem Kopf drauf Headshot, den nächsten, nicht direkt ein Headshot, aber wirklich auch immer wirklich on point. Dann hast du Konsolenspieler, die gar nicht treffen, aber man merkt den Unterschied, wenn du gegen Konsolenspieler spielst, man merkt den Unterschied, die sind im Normalfall langsamer, die Konsolenspieler und die Konsolenspieler sind auch minimal campier, so habe ich das miterlebt. Natürlich heißt es nicht, dass jeder Konsolenspieler auch ein Camper ist, natürlich. Ich meine nur, ich habe meistens das miterlebt, wenn Konsolenspieler dabei waren, haben viele davon eher gecampt und weniger rumgerusht. Aber wiederum haben auch viele PC-Spieler gekämpft, also so ist es nicht. Aber an sich ist das Spiel sonst wirklich gut. Es ist einfach nur für mich nicht mehr da. Es ist für mich einfach nichts mehr. Es ist, glaube ich, nicht mehr für jemanden, für Leute wie mich, also die vielleicht langsamere CODs gewöhnt sind oder allgemein auch langsamere Spiele spielen. Also ich bin nicht mehr die Zielgruppe von dem Spiel, habe ich das Gefühl. Meine Zielgruppe ist es nicht mehr. Natürlich, es gefällt anderen Leuten extrem gut, andere Leute haben extrem viel Spaß, aber es ist einfach nicht mehr meine Zielgruppe, auch wenn ich es mir wünschen würde, weil ich habe wirklich Bock drauf. Aber ich habe die Hoffnung, dass vielleicht das nächste COD im nächsten Jahr, wenn sie eins machen, vielleicht auch wieder die Thematik Zweiter Weltkrieg kriegt, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Koreakrieg, irgendwie sowas. Und dann auch vielleicht mit der Engine und dann vielleicht das Gameplay nicht so ganz schnell und campy machen, aber gut. Das wären meine Wünsche, das wären meine Hoffnung. Wir sehen uns das nächste Mal, euer Remske. Vielen Dank.